Herzlich Willkommen bei der B-Family. Mein Name ist Matthias Bösch und wir sind ein Bienenschutzunternehmen und verkaufen Premium Honig mit Sitz in Fraßnacht in der Schweiz. Also wir sind bereits seit vielen Jahren Partner von Worldline. Wir hatten verschiedene Zahlsysteme, wir hatten verschiedene Verträge bei uns. Wir haben eine Evaluation gemacht und haben uns dann eigentlich vollumfänglich für Worldline entschieden. Und so haben wir die Möglichkeit, dass wir alles aus einer Hand haben und mit einem Partner zusammen schaffen können. Unter dem Thema Bienenschutz verstehen wir einerseits unseren Lebensraum Biene, wir haben da auch unseren Bienengarten, wo wir quasi als Prototyp für das ganze Thema gebaut haben. Andererseits können wir unsere Bienen und unsere Imkerei aber unterstützen mit verschiedenen Patenschaften und alle unsere Produkte, sprich alle unsere Geschenkssätze, alle unsere 18 Honigsorten, und natürlich die Patenschaften findet man auch bei uns im Onlineshop. Der Checkout funktioniert für uns durch Worldline eigentlich sehr, sehr einfach. Wir bieten bei uns verschiedenste Zahlungsmöglichkeiten an. Diese Online-Bezahlmöglichkeiten ermöglichen unseren Kunden, dass sie direkt bezahlen können und für uns intern bedeutet das, dass die ganzen Prozesse vereinfacht werden. Also neben unserem Onlineshop haben wir da noch unseren Point of Sale, also unseren Showroom. Wir bieten da auch Honigdegustationen an und da ist eigentlich für uns Barzahlungen ständig abnehmend und wir haben eigentlich auch mit unserem Terminal die Möglichkeit, dass wir eigentlich mit einem Terminal den Kunden mehr oder weniger alle Bezahlmöglichkeiten abwärten können, von TWINT, über Kreditkarte, über EC-Karte. Die Zukunft von der B-Family ist hoffentlich sehr spannend, aber wir möchten natürlich weiter ausschwärmen. Wir möchten vor allem auch sehr viele Nachhaltigkeitsprojekte mit Firmen entwickeln, wo wir Lebensräume für Bienen und andere Tiere schaffen und wir hoffen eigentlich, dass unsere Kunden den für sie passenden Honig bei uns finden.